Hey meine 6 Millionen TikTok-Zuschauer, ich bin Jeremy Fragans, the King of Fragans. Ich kriege über 40.000 Euro für einen Social Media Post auf zwei Plattformen. Das Thema heißt Jeremy Fragans, das Attention Game gewinnt. Management so, ah du musst gucken wie du dich verhältst. Don't hate the player, hate the game. Fuck you, hab ich nicht. Ungefähr drei Jahre her, als ich meinen Bruder das letzte Mal gesehen habe. Ich würde mir wünschen, dass der Kontakt zwischen meinem Bruder und mir wieder brüderlich wird. Ab nach Miami, Familiengründung und weiter Jeremy Fragans Sachen machen. Ich weiß, dass ich hier wohnen möchte. Das ist eine Million Dollar View. Oh ja, I like it. Wow. Des Weiteren bin ich am Gucken nach einem hübschen Mädel für mich. Einfach weil es mir auch gut tun würde, mal wieder etwas physischer zu sein. Let's go! Ja, jetzt wird's heiß mit dem Dating. Voll die süße Frau. Du hast die hübsch, du hast die attraktiv und sie ist sogar Single. Eine Süße. Ich bin geil, ich bin stark, ich bin Number One God. Das ist nicht eine eigene 20.15 Uhr Sendung auf Sky. 20.50 Uhr. Videospie die conditionally beurschlicht. Zum Glück mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020